ein bisschen danke jetzt wieder sehr schön ja willkommen zu bus simulator 18 bereit ich habe rein schon gefragt ob ich menschen umfahren darf sie hat nein gesagt so wir gründen aber erst mal ein unternehmen so ich habe irgendein katzenamen am oge kleben sagte das teuer wird ja das war ja das nein also noch lauter da konntest du ein nein nicht zu endeuten teuer ist immer gleich nein außer in final fantasy ach so ja also ich hatte zwar vorhin schon den gleichen aber wir nehmen die hey wir können warte mal passt das er passt nein ich habe das auch groß geschrieben oh gott ja ich habe es doch auch gemerkt ich darf ja nicht fett schreiben dick auch nicht also muss die drei nehmen du bist du ja ich weiß dafür mögt ihr mich ja auch fahrt modus ich kann es mir hinterher immer noch umstellen wir stellen erst mal ich habe jetzt schon schiss da da ist die katze miau von vorhin ist noch gespeichert sehr geil ich glaube die nehme ich auch wieder oder nein wir nehmen wir nehmen pink wir nehmen pink ok warte wir machen streifen männchen draus schade dass man ja doch das sieht gut aus das sieht gut aus warum eigentlich männlich weiblich bitte ja bitte danke etwas zu lange im solarium gewesen na wie findet ihr dieses prachtexemplar wer möchte diese gute gut aussehenden dame nicht mit nach hause nehmen und hallo kräft ok anpassung beenden möchtest du das tutorial überspringen ja möchte ich nein ich habe aus Versehen auf spielen gedrückt ich wollte doch überspringen oh hallo nein 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 warte warte einstellungen kann ich das irgendwie ja ich glaube auch wäre doch was für ihn oder ich kann nicht abbrechen ok ich habe ein paar sachen aufgeschrieben die wir ausprobieren sollten bevor es zurück auf die straße geht nur um sicherzustellen dass die infrastruktur in ordnung ist und wir ein robustes öffentliches verkehrssystem bereitstellen können eins nach dem anderen die im rathaus möchten dass wir eine testnachtlinie fahren um herauszufinden wie viele menschen sie nutzen würden im gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen bus ich habe schon eine strecke vorbereitet und die werbetrommel gerührt wähle die bestehende strecke aus und fahre sie bei nacht ok ja klar habt dann ok gut ah ja ich kann den bus ja noch bearbeiten wartet wartet wir brauchen doch wir brauchen doch wir brauchen doch passend zu unserer dame oh ja oh ja das ist ein schöner bus oh ja das ist ein schöner bus hier bin ich nur so bin ich bei ja 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 warte warte ich brauche ich muss nur ich muss nur noch ich muss noch kurz warte also wenn du ins voice will kannst du das gerne machen warte mal ich weiß du musst du eigentlich da dann auch rein schauen können wenn du das zukommen willst kannst du gerne wenn es nicht geht kann ich dich auch ziehen ich muss nur einmal kurz nein den innenbereich kann ich noch nicht machen das ist mein bus danke leider kann ich dir meine controller nicht mehr zeigen ich habe einen ein richtig sexy lady erstellt der bus ist sehr sexy warte ich mache einmal kurz kurz die testfahrt hier bussimulator 18 warte jetzt kann ich dir meine meine wunderschöne frau zeigen wenn ich irgendwo aus dem bus komme ich komme ich aus diesem bus komm aus dem bus nicht raus ach jetzt komme ich aus dem bus raus das ist meine sexy lady das sieht aus wie man jetzt ausgekotet habe und runter gespielt echt hatte das aus dem pickehaare und deswegen auch dieser sexy bus wir sind wir wir sind übrigens die dralle samtpfoten gmbh gute frage es ist keine richtige stadt das ist irgendwo astra park steineck scharfwetter field old town show background wieg walden hat diese altdeutschen namen gewürflet sich in neu englisch westfield sonnstein ja jetzt bin ich gerade im astra park genau das alles klar kommst gleich dazu ach so also ich setze mich nicht in deinen bus das kannst du vergessen warum nicht das schwer habe ich es gibt multiplayer du kannst tatsächlich mitfahren ich war da komm schon warum nimm mich nee willst du nicht sterben nee man kann auch menschen überfahren froschus kauft sich das auch gleich und spielt mit ja nee leck mich leck mich nee wann und wo und wie oft froschus komm auf das sofa ich habe schon das bier bereitgestellt echt wurde ich glaube er meint nicht auf meinem sofa ach so ich glaube er meint auf seinem sofa ja komm 4 euro 4 euro für ein sofa ja 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 Hübi wir sehen uns gleich ich habe dir das essen von gestern noch übrig gelassen ich habe dir das essen von gestern noch übrig gelassen ja ja genau nein nein fleißstück und die restlichen sachen die du da noch das war doch für mich ja ist doch für dich ja das ist gut ich esse nachher nur brot braut braut aber ich sage dir bescheid wenn ich dann essen will ich komme da nochmal hoch das ist beim kostenlos du willst aber billig oStand uiuiuiui hübi huu oh mein Gott hübi 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 oh mein Gott hübriiit 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 okay wir nennen jetzt alle nur noch hübi du bist doch doof aber wirklich eine kuschelrunde für hybrid ein wunderschönen guten abend ich komme jetzt aufs sofa ich glaube jetzt will er nicht mehr ich bin gleich bei dir hybrid ich sage es jetzt richtig sonst kriege ich kein Bier viel Spaß im Vlog Luna ich komme dann bei der Pause hoch mein Schatz liebe dich schön wirklich wirklich schön einfach schön ok so warte ich will ja also eigentlich will ich ja eigentlich wollen wir die Fahrt ja nicht machen äh Rhyno musst mir jetzt helfen was muss ich machen ah ok ok wir bleiben aufs nein abbrechen nicht öffentlich um Gottes Willen äh 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 das geht jetzt nicht nach na gut äh 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 э ä ähhhhh hi ihr sitzt auf dem sofa wo ist das bier sitzt du auf dem richtigen sofa frisches jetzt wird sie mir angezeigt ja jetzt kann ich dich einladen ja ich habe nämlich nur so geguckt und hat so warte hä wo ist ryan das jetzt ich akzeptiere echt akzeptierst du ich akzeptiere mein schicksal ich wollte gerade sagen akzeptierst du diese fahrt aber okay aber aber guck mal was frisches machine es mitgebracht hat einen donut ich liebe donuts und katzen und katzen okay und was muss ich jetzt tun oh nein jetzt muss ich wirklich pinke klamotten anziehen nur der firmeneigentümer kann die firmenfarben ändern okay was muss ich jetzt machen eine fahrt starten und wie starte ich eine fahrt ich muss auf den streckenplaner gehen also geht das dann schon ja ja ah ok und dann und dann es geht es geht muss ich denn auch muss ich denn auch extra eine fahrt für dich schon machen oder muss ich das erst machen wenn ich alles abgearbeitet habe oder bist du erst nur der kontrolleur mir ist das egal ich weiß doch nicht wie das hier geht ah schön warte ich machs nämlich schon mal ich kann ja nicht wissen was da steht tutori überspringen glaub ich stand da streckenname holter die folter so und die strecke geht dann da musst du bei holter aber auch mit A stecken oh nein na gut so speicher schön schön ok koop fahrt beginnen ne wäre gut ja ok das wird super alles hier ist super mitkommen der erste spiel fährt die strecke der zweite fährt zur unterstützung mit genau das machen wir ok zufällig top early event was ist ein top early event ich habe das tutorial nicht gemacht ne 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 das steht too early event wenn du zu früh bist musst du glaub ich stehen bleiben bis du ähm bis die zeit wieder lass das einfach aus was ich bleib doch nicht stehen ja eh sonst kriegst du das strafe ok ähm ja na fahrsimulation überfährt überfährt hat sie seinen bus verpasst okay bus wehen ja gut wir haben ja nur einen bus eigentlich super oh god warum guck ich nach oben ich kann jetzt schon nicht mehr hallo ja du bist so das auch noch hoch hallo 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 oh god hm hm na ok aber das war ein Stein ja dieser zug fährt gleich an hm hm Oh nein. Ah. Oh Gott. Ticket, 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 hallo, hallo, ticket. 100 Dollar. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah, ich brauche eine Fahrkarte, ja. Ich wollte gar nicht raus. Ich stehe immer im Weg, ich weiß, ich wollte mit mir. Kannst du dich nicht hinsetzen? Nein. Sie machen mich kirre. Oh, das ist gut. Oh Gott, ey. Einzelstandards. Ach ja, hier. Ja, gell. Sie klingen aber nicht wie ein Senior. Sie klingen aber nur verdammt jung. Sind Sie sicher, dass Sie das Ticket wollen? Hä? Eine Fahrkarte. Ja, ja, noch eine Fahrkarte. Ja, klar, kriegen wir hin. Hier. Drucken. Und? Das ist ein Mädchen. Mensch, der ist passend. Nein. Ja, bitte. Ich will auch ein Ticket. Ich will auch ein Ticket. Ticket, 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 Ticket. Können Sie sich nicht leisten. Sie haben ja noch nicht meinen eigenen Bus. Ticket. 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 Ich möchte ein Ticket. 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 Hey, was machen Sie da? Ticket. 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 Und dann geht wieder auf Grundstücke losen. Ja, ja, schön. Ich krieg eh keins. Ich krieg doch eh keins. Ah, schön. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Machst du nur, es geht um Final Fantasy... Uah, ich war im Gegenverkehr. Es geht um Final Fantasy 14. Ich wollte mir da in dem Spiel ein Haus kaufen. Was denn? Ich bin irre. Ich stell mich an die andere, da kommen nicht so viele Autos. Wieso, wie fahr ich denn? Ich fahr doch voll in Ordnung. Besser als Fanbus. Doch, Fanbus. Hallo. So. Oh, hat jemand vergessen, die Blumen zu gießen? Mensch. Blumenschänder. Es wird irgendwann reichen. Mann, was machst du denn? Irgendwann reicht's. Whaaat? Whaaat? Danke. Kann ich bitte eine Fahrgarten haben? Überhaupt nicht seltsam. Hilfe, bis die Achse bricht. Hey, Hilfe, bis die Achse bricht. Ich hab die Achse schon gebrochen. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Wofür brauchen sie so viele Fahrkarten? Wollen sie sie selbst verkaufen oder was? Habe ich ihnen schon wie oft, sie haben meine Fahrkarten schon gesehen. Huch. Huch. Kommt da noch jemand? Ne. Hier, bitte. Lass mich raus. Ne. Lass mich raus. Ne. Nein. Sie kommen hier nicht raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Es reicht langsam. Wie oft wollen sie die... Ich hab ihnen meine Fahrkarten frei. Hör auf, die Leute zu belästigen. Ich muss kontrollieren. Oh. Oh. Ja gut, fahren weit weiter. Okay. Schön. Oh Gott. Alter! Das ist Bitch. Ich geh schon weg. Herzlich Willkommen bei Bord des Kiche Express ins Verderben. Ihr Fahrer ist heute in Aria. Servus. Oh Gott. Hör auf. Wann ist das nicht so? Ist das nicht so? Ich war nicht so. Ich bin zufrieden. Hör auf. 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 Ich bin die ganze Zeit im Keller. Ja, wenn ich habe mich zu tun erschrecken. Bin ich nicht eine tolle Fahrerin? Ja, das kann ich nicht. Was? Willst du hier das Spiel auch holen? Nee. Komm schon, warum denn nicht? Danke, eine Fahrkarte bitte. Das ist doch voll cool. Oh, der will aber viel Zeit dafür. Gut, hier. Das Spiel. Horror-Express geht weiter. Huch, wo kommt denn der Schlau her? Kann ich da rüberfahren? Ja. Wie fährst du? Ja. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Schwarzfahrer. Ja. 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 Das reicht, Lanza. Die quatscht alle an. Die belästigt meine Fahrgäste. Oh, ich habe vergessen zu blinken. Oh mein Gott. Was? Das ist ja ein Mordschädel. Ich weiß gar nicht, wer jetzt neu einsteigt. Ich kann mich hier hinsetzen, ich kann mich nicht setzen. Ich find das Spiel toll. Versteh ich gar nicht. Das ist gut. Was? Wieso? Oh Gott. Nicht spoilern. Nicht spoilern? Was? Ich kann sicher doch gar nicht spoilern, hier passiert doch nichts. Oh, 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 oh. Ich geh weg. Ich geh weg. Nein, Furschutz, verlass uns dich. Na, auch schade. Er muss dich das jetzt selber runterladen. Hinter mir der ganze Busch, der steht hier. Was machst du da? Ich wollte klutschen mit dem vor mir. Also mit dem Wagen. Oh, schön. So, bitte alle raus. Perfekte Halteposition, hier. Ich kann's. Dann bin wir wieder im Diavolo-Lerk. Mach das. Ich weiß die Steuerung gar nicht. Sind alle raus? Oh, Kollision. Wann hatte ich denn eine Kollision? Ähm. Ja. Fragst du es denn wirklich? Nee, ha? Okay. Gut. Fahrt die bestehende Strecke bei Nacht. Okay. Fahrt die neue Strecke. Okay. Aber wir fahren erst die bestehende Strecke bei Nacht. Kann ich das dann noch einstellen? Oder muss ich das darüber einstellen? Oder? Doch, warte. Das wird es nicht einstellen. Das wird wieder bei Nacht. Ah, nee. Äh, nee. Doch, hier. Das musst du da ja, wenn du auf Beginn drückst, genau. Bette und Tageszeit. Also, ich finde Boots sexy. Jetzt hast du Konvoi gemacht, ne? Oh, warte. Fahrt abbrechen. Ja. Du musst schon aufpassen. Äh. 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 Warte. Worüber? Was? Du musst es noch ablehnen. Sorry. Ja, Coop musst du machen. Okay. Ah, ja. Mitkommen, da. Ah. Du musst doch hast Nacht eingestellt. Hm? Okay. Oh, Gott. Du musst fehlen. Ich glaube, das ist so hässlich, ey. Ich finde ihn so sexy. Oh, mein Gott. Du hast ja eine Füllung. Oh, mein Gott. Ich habe den besten Mann der Welt. Ich habe den besten Mann der Welt. Oh, das ist so hässlich. Oh, mein Gott. Ah, schade. Ach so. Ich will's ja noch hoffen. Aua. Okay, warte, bleib' in der Sache! Warte! Bleib nicht stehen! Warum kommt der Bus? Warum kommt der Bus? Ich fühl mir... Ich fühl mir seh'n verdammt sexy aus! Oh mein Gott, ey! Fah' mir nicht über! Fah' mir nicht über! Oh mein Gott, jetzt fährt sie! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich weiß die Steuerung nicht! Oh Gott! Ich weiß nicht, warum blieb' dich, ich muss gleich erstmal gucken! Oh Gott, ach du... Was soll das jetzt heißen? Ich bin voll gut! Nein! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Warte, ich muss noch kurz gucken! Äh... Ui... Nein, sie dürfen nicht rein! Nein! Nein, sie dürfen nicht rein! Ich bin der Bus! 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 Gehen sie weg, die Tür geht nicht zu! Ja, komm da rein! Sogar Schnäuzchen! Geht's bald weiter? Geht's bald weiter? Geht's bald weiter? Nein! Huch! Tüß sie jetzt mal zu! Oh! Oh! So... Augenblick... Hier ist die Fahrkarte! Hier! Hier? Bitte? Ey, Süße! Hast du ne Fahrkarte? Hier ist die Fahrkarte! Haha, geil! Hier ist hier! Bitte! Oh, okay! Nächster Halt! Lennermann! Forschungstechnik! Ich hab... Es... 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 Danke, dass Sie so pünktlich sind. Willst du fahren? Nee, 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 fahr du mal. Ich laufe zur nächsten Heitestelle, warte. Ich laufe schon mal vor. Okay. Okay, ich komme. Ich steh nicht mehr jetzt. Ich wurde einfach weg im Bett. Ich habe doch gesagt, ich nehme dich mit. Ich wurde einfach zur Seite gerollt. Du weißt schon, dass du... Oh, du bist 3,1 Kilometer von mir entfernt. Ja, gut. Warte, ich verpasse mein Bus. Mein Bus, warte. Warte. Mein Bus, fahr doch nicht los. Gott, Hilfe, warte. Halt, ich muss noch mit. Gott, bin ich nass geschwitzt. Was? Ach so, hier. Hier ist die Fahrkarte. Danke. Oh, Ströhn. Wir haben meine Fahrkarte schon. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Nein. Ich habe die an den Eiern. Was? Ja, der hatte keine Fahrkarte. Der musste 128 Dollar zahlen. Was? Ach so. Na klar. Hier, bitte. Ja, okay. Schön. Ja, das ist besser als laufen. Nächster Halt. Südspeichel. Hier muss ich raus. Schön. Hier muss ich raus. Ja, dann steig aus. Nächster Halt. Südspeichel. Hallo, sexy lady. Ha. Hallo, sexy lady. Eine Fahrkarte. Wiedersehen. So. Fahrkarte, bitte. Darf ich Ihre Fahrkarte sehen? 13. Geht's noch größer. Klar. Oh, Müll. Müll. Wett hier. Auf einen Blick. Drei. Drei Pandas? Oh, hier gibt's Pandas. Oh, hier gibt's Pandas. Was? Darf ich einen Panda haben? Gibt's einen Panda? Ich bin Panda. 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 Bambus. Für den Panda. Bambus. 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 Bambus ist super. Nee, reicht jetzt mal langsam hier mit deiner Fahrkarten. Kauf doch vorher welche. Ich hätte ja nie gedacht, dass es stimmt. Oder welche? Der Prima ist amputiert. Reicht langsam. Was für ne unfreundliche Mitarbeiterin ich hier habe. Was? Ich bin super. Ja, kaufen Sie sich vorher eine. Sag mal. Na ja, ist doch so. Hallo, wenn du im Zug eine kaufst, dann kriegst du auch, ne? Du kriegst auch mehr. Du hast auch mehr Zahlen. Oh mein Gott, warte. Ey. Was ist denn? Ich hab es. Nee, ich hab gerade zur Seite geguckt und dann so dieser Schläger so zack. Nein, nein. Oh Gott, mein Herz, ich will hier raus. Ja, genau. Sagst du. Ja, ich hab einen Klassenfahrstil. Ich mache nie Unfälle. Ich war auch nie auf dem Bürgersteig. Okay, erzähl mir mehr. Ich glaub, wir transportieren Vampire. Wenn ich da oben in den Spiegel gucke oder in die Kamera, da sind keine Passagiere drin. Es ist bestimmt ne Kamera. Bitte alle aufsteigen. Es ist bestimmt ne Kamera. Sehr bündel. Danke. Ja, aber wir haben Vampire transportiert. Ich bin nie so neimlich. Ja, schon vorbei. Schade. Schon vorbei ist meine kurze Strecke. Mh. Mh. Noch ne ganz kurze. Wir haben ein Minus gemacht. Mensch. Hahaha. Langweilig. Hahaha. 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 Okay. Streckenplan. Fahre die neue Strecke. Ja gut, dann fahren wir halt heute die Polter. Hahaha. 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 So. Mitkommen. Ähm. Zufällig. Hahaha. Hahaha. Wir wählen meinen sexy Bus. Warum ist denn da eigentlich nicht realistisch drin? So farst du da los? Ja, es kommt doch. Okay. Hahaha. Äh. Hahaha. Hahaha. Ähm. Was denn? Bei mir steht auf Spieler warten. Ich bin immer noch in dem Menü. Äh. 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 Du Arsch. Wie bitte? Wie nennen sie mich? Du. Du wolltest mich einfach zurücklassen. Ne. Nein. Ne. Gar nicht. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Wollen sie den Handel machen? Müllmann. Tag. Standard. Anzahl 2. Danke. Noch einer? Ne. Gut. Ach. Schön. Irgendwann. Irgendwann. Es reicht. Irgendwann. Es reicht. Irgendwann. 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 Oh. Oh. Du was? Was? Nein. Bisschen. Bisschen. Boah. So. Alter. Ihr. Bitte. Klar. Ihr bitte. Ach schön. Boah. Boah. Boo. Boah. Dapel. For more. Dapel. Dapel.